Heute ist der letzte Tag des Monats August, dementsprechend morgen der 1. September. Und im September steht uns eines bevor, im positiven Sinne. Die Welt ist im Wandel, die Welt ist in der Veränderung und in Christusenergie so präsent, wie noch zu keiner Zeit vorher. September 2017, hier speziell der 23. und 24. September, sozusagen ein Schlüsseldatum. Dieser Monat wird reich sein, vollkommen reich in göttlicher Energie, an Christusenergie. Es werden Gewalt spiritueller Energien hineinströmen. Was dazu führen wird, dass auch noch das ein oder andere Naturereignis, die ein oder andere Naturkatastrophe, wie wir Menschen sie sehen, auf uns zukommt. Dennoch sagen die Engel, wir müssen uns nicht fürchten. Jesus Christus ist speziell, ist aktiv für uns, reicht uns seine helfende Hand in diesem Monat und möchte uns helfen, mit diesen Energien leichter umzugehen, leichter zurecht zu kommen. Jesus und der Zinimitathronen werden uns diesen Monat begleiten, werden diesen Monat für uns da sein. Sie sind hier ganz präsent bei mir, ganz eng an meiner Seite. Und sie sagen euch, dass ihr euch nicht fürchten sollt, sondern euch der Liebe Gottes, die uns alle umgibt, öffnen sollt. Und um euch ein kleines Geschenk zu machen, um euch zu helfen, bekommt ihr jetzt eine Energie übertragen durch Jesus Christus. Wie ich euch schenken möchte, die Jesus euch zum Geschenk machen möchte, damit ihr diese Energie spürt. Erlebt sie bitte in vollem Umfang, macht sie ruhig täglich. Also das mal als kleiner Tipp am Rande, ruhig täglich machen. Die Energie, die wir dann bei jedem Tag einmal abholen, tut euch unglaublich gut. Schließ deine Augen und erlebe, was nun kommen will, was nun zu dir kommen will. Und atme tief ein und wieder ab. Mit deiner Einatmung nimmst du die goldene Christus-Energie in deinen Körper auf, in deine Seele auf, in jede Zelle deines Körpers auf, in dein ganzes Dasein. Und atmest alle Sorgen deines Alltags, jede Anspannung, alles was dich belastet, ab. Übergebe es Jesus Christus, übergebe es den Engeln und ich rufe Jesus Christus an und bitte ihn, seine Energie nur für dich zu übertragen. Bedenke, ebenso wie die Engel, sie sind auch die aufgestiegenen Meister, so Jesus Christus, unabhängig von Zeit und Raum. Und somit kann er bei jedem von euch gleichzeitig sein. Und dennoch wird jeder von euch seine einzigartige und individuelle Erfahrung haben. Und du spürst seine Energie, er hüllt dich ein in dein goldenes Licht, er löst Aspekte von Zorn, Blut und dergleichen in mir auf, lehrt dich die Nächstenliebe, die Liebe zu dir selbst und die Vergebung. Und berührt dich mit seiner heilenden Energie, damit ein Stück Heilung in dein Leben kommt. Damit du erleben kannst, wie viel Heilung möglich ist. Und atme tief ein und wieder aus und erlebe diese Energie. Einige Atmen, die wir lang schweigen. Atme nochmal tief ein und aus. Strecke dich und strecke dich kräftig und öffne deine Hand. Eine kleine Anleitung geht es noch zum Schluss für dich. Also, wie gesagt, mach es ruhig täglich einmal am Tag zur Übung diese wundervolle Energieübertragung den ganzen September über. Aber gerne auch darüber hinaus. Das Video bleibt hier drin, es bleibt hier, dass wir dir erhalten bleiben, sodass du diese Übung so oft, wie du möchtest, abholen kannst. Du kannst natürlich diese Übung auch mit Freunden empfehlen, wenn du einen Menschen sehr lieb hast und sehr gerne weißt, und der könnte eine Information heilung gebrauchen. Empfehle dieses Video, schicke es deinen Freunden, deinen Bekannten per Mail, damit das Christuslicht sich noch weiter bereiten kann. Und wenn du lernen möchtest, für dich und andere mit der Energie von Jesus Christus, mit der Energie der Engel, der aufgestiegene Meister, der Seelenbegleiter zu arbeiten, dann habe ich noch etwas ganz Tolles im September. 29. September bis zum 3. Oktober bin ich gemeinsam mit der wundervollen Sina Selma Fena, wo ihr auf diesem Kanal auch ein tolles Video von ihr sehen könnt. Und Nadja Hafendörfer im Schwarzbad. Die spirituelle, reine, saubere Energie des Schwarzbades, jetzt im September erleben. Ein Stück des goldenen Zeitalters mitkreieren, deine Blockaden auslösen, mit deinem Glück im Wege stehen und erkennen, welche Chancen und Möglichkeiten du hast, um ganz in die Heilung zu kommen. Liebe Berufspartnerschaft und Gesundheit, wir bringen dein Leben gemeinsam mit Jesus Christus, mit den Engeln in die Heilung. Also sei herzlich eingeladen, dich anzunehmen. Den Link findest du hier unten im Beschreibungstext oder einfach mal eingehen, www.udo-golfmann.de slash Produkt slash Einladung. Sie sind da Serafina, Nadja Hafendörfer und ich, die Frau und ich freue mich auch, wenn dir diese kurze Meditation und Energieübertragung heute gefallen hat. Natürlich, betest du zum Engelbedingungen der Woche am Sonntag, schaltest du sicherlich wieder ein. Das kommt natürlich wieder für die kommende Woche und die ein oder andere Überraschung wird dich natürlich immer hier auf diesem Kanal erwarten. Ich freue mich, wenn dir dieses Video gefallen hat, über deinen Daumen hoch hier unten oder über einen schönen Kommentar von dir. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Udo Golfmann, Engeltherapeut, Engelmedium, Autor, Hellseher. Ich bin gerne für dich da. Tschüss.